Wenia Legendi, Emilie Kempin-Spiri Was bedeutete im Jahre 1887 in der Schweiz das Aktivbürgerrecht? Nichts anderes als die heute sogenannten Bürgerrechte, also die Staatsangehörigkeit, das Recht, sich wohnlich und beruflich niederzulassen, Ehrenrechte, Wahlrecht und auch manche Pflichten. Ein Mensch musste, um als Schweizer Aktivbürger zu gelten, in einem der Kantone geboren sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Und er musste ein Mann sein. Es stand zwar nirgends in den Verfassungen der Kantone geschrieben, dass Frauen vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen seien. Dass aber der Gesetzgeber es genauso gemeint habe, erfuhr 1887 eine Beschwerdeführerin, die nach einem Jurastudium Anwältin werden wollte und kein Patent erhielt, weil ihr, so die Begründung, das Aktivbürgerrecht fehle. Ihre Klage auf Zuerkennung dieses Rechtes wurde am Bundesgericht mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass der Gesetzgeber niemals die Möglichkeit vor Augen gehabt habe, das Aktivbürgerrecht von Frauen in Anspruch genommen zu sehen. Das Begehren der Klägerin sei ebenso neu als kühn. Ihm könne keinesfalls entsprochen werden. Man sieht daran sehr gut, dass seinerzeit Frauen in der Schweiz und auch sonst in Europa nicht als Staatsbürgerinnen galten, dass ihre Existenz und ihre Rechte als abgeleitete Funktion des Status ihrer Männer oder Väter verstanden wurden. Die Juristin, die den Anwaltsberuf ausüben wollte, hieß Emilie Kempin Spiri und war 1853 in Altstetten, nahe Zürich, als Tochter eines Pfarrers zur Welt gekommen. Sie war die Nichte der berühmten Schriftstellerin Johanna Spiri. Ihr erging es wie so vielen jungen Frauen, die damals die Möglichkeit beim Schopf ergriffen hatten, welche die relativ neu gegründete Universität Zürich ihnen als erste bot, sich für ein Studium einzuschreiben und danach sogar eine Dissertation einzureichen. Kempin Spiri war die erste promovierte und später habilitierte Rechtswissenschaftlerin der Schweiz und Europas. Doch als sie ihr Studium und ihren Doktorhut für eine Berufstätigkeit nutzen wollte, hieß es, Nein, halt, so ist es nicht gemeint. Studieren dürfen Frauen in Zürich jetzt durchaus, es ist ihnen sogar gestattet, die Doktorwürde zu erwerben. Aber die Anwaltskammer oder eine sonstige berufsständische Vereinigung braucht ihnen deshalb noch lange nicht, die Lizenz zur Eröffnung einer Kanzlei zu gewähren. Die Berufsfelder waren vermessen und männlich besetzt. Man wollte dort keine Frauen haben und wenn sie noch so klug erschienen. Emilie Kempin Spiri war Summa Cum Laude promoviert worden. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Die erste Mutige Frauen verändern die Welt Von Barbara Sichtermann und Ingo Rose Gesprochen von Julia Fischer Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.frauengenial.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören Wissen 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 Untertitelung des ZDF, 2020